Jindo Berek meine Freunde, ja ok bisschen lustlos, das kriegen wir besser hin, ne? Jindo Berek meine Freunde was geht ab, willkommen wieder auf meinem YouTube-Channel von Wiz. Ja ne, das hört sich doch schon mal besser an, mit mir schnell ich ein bisschen Power reinbringe. Und zwar was ich eigentlich nur sagen wollte, ein Drittel der Leute, die meine Videos gucken haben, werden mich noch nicht abonniert. Also haut den Abo-Button rein, mach mich glücklich, tagt mein Video, wenn dir was nicht gefällt, schreibt es in die Kommentare, wenn dir was gefällt, schreibt es in die Kommentare. Teil das Video mit deinen Freunden und ja was noch, mit deiner Mutter, dein Vater und Leute weiß Bescheid, haut rein. Let's go lad rein, da kann ich da sehen. Full! Richtig Bock, Liga. Lele! Guck mal alleine, ich heiße, guck mal mein Bild hier noch, Digga. Freshes Bild, die Scheiße. Guck mal, der Controller ist schon aus, so lange, so lange hat das gedauert. Ja, muss man erst mal sagen, ich hab ja schon voll lange am PC nicht gespielt, muss man erst mal alles wieder einstellen. Bruder, wann hab ich das letzte Mal... Aber mach keinen Rank, mach chill ich erst mal eigentlich. Ja, ja, okay. Aber wann hab ich das letzte Mal Aufnahmen gemacht, warum wusste ich immer noch, wie du da alles einstellst? Keine Ahnung. Pah! Was ist anders? Pff, Battle Pass ist nice eigentlich. Ne, ne. Pff, bruder. Hm, da muss ich aber absolut los, ey. Ah, warte, hier kann man direkt erst mal Eigenwärmung machen. Also, Leute, ihr müsst mich alle auf Twitch folgen. Ihr müsst mich alle auf Twitch folgen. Ihr müsst mir alle auf Twitch folgen, obwohl ich nicht streame, aber bald, irgendwann. Ne, ihr wisst Du Bescheid. Wenn ich mache, ist ein... Dididididididididididididn. Hahahaha. Ihr müsst doch. Oder ich verkacke den Booster, die ficken uns, die ficken uns full. Können die fliehen? Ja, full. Alter, hast du gesehen? Ja, scheiße. Ich kann das Spiel gar nicht machen. Ey hast du, du musst, du musst. Digga, was ist das? Ich kann das auch null. Bro, ich muss absolut los sein. Ich mach Tor. Ach. Nein, ich hab ihn nicht reingemacht. Der mag. Oh mein Gott, war das schlecht. Ey, Kollege, machen wir keinen Praxen jetzt. Digga, einfach erst auf den Rocker, Digga. Wie lange hab ich den Scheiß nicht mehr gespielt? Ja, aber wie lange hab ich das nicht mehr gespielt. Lass dich mal nicht mit mir, Kollege. Spiel mit, versuch. Ich flieg hoch, ich mach ihn. Kriegst du ihn rein? Jawohl, er ist drin. Oh, er hält ihn, was? Oh, er will ein dickes Tor machen. Ne, wir laden. Oh, ich hab verkackt. Oh, ich hab verkackt. Ich auch. Ich hab gedacht, der andere ist gut. War aber nicht. Jawohl, let's go. Die Schweipel redig schlecht. Pfeil rum wie so ein Krüppel. Geiler Pass. Jawohl, Digga. Das Ding, Digga. Ja, Mann. Erste Runde, Digga. 1-0, Digga. 1-0. 2-0. Dark-Stark, du gehst, du gehst. Du musst langsam reinkommen. Ah, du ist der Ewechser. Ey, komm. ich kann das spiel echt nicht mehr warum gibt er dir so einen pass korrekt von mir richtig korrekt besser ging nicht bin ich ehrlich mary jane wie was das mein internet scheiß rein zeigt mir irgendwas und so was das tschüss was ist das für lags was ist das für lags 1 auf dicker was lag das hier so aber stabil gehalten irgendwie ich dachte das sieht nur so aus wegen lags auch stark Nein, ich hatte ihn fast. Alter, Rocket ist richtig geil. Ich war richtig lange nicht mehr gespielt, aber es ist richtig nice. Ich gehe, ich gehe. Nein, richtig stark. Ich habe alles gefakt. Ich schwitze aber auch, wie keine Ahnung was. Mach ihn, wenn du ihn machst, krank. Ich habe keinen Boost. Bitte, bitte, bitte. Nein, hast du den? Tschüss, wohin? War zu doll mittel. Erste Runde gewonnen, Mann. 27 Meter Tor, oder ist das MS-Tor? Ja. In diesem Moment, wenn man eine Nachricht bekommt von Freundinnen. Hat es bitte nicht oder auch nicht geschlafen? Ja. 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 Ja.